ich denke schon, Iman macht Spaß mit uns glaube ich schon, er mag uns voll er sieht richtig cool aus ok ah, ist wieder das 50-50 gewonnen 2, verloren 2 ja, aber weißt du das? steht da ich zeig jetzt halt neuer Account das ist halt Billow lucky placker ich hab's verkackt ich auch oh man, Wetter abgesagt oh sorry, das war der falsche tschüss Ivan er hat's gesehen der arme Ivan, er mag die Farbe gelb richtig und du tschüss Jolly ja, er ist ja auch komplett durchgedreht also gedreht wurde er durch was wegen mir? kann ich sein schau mal, er dreht am Rad wie Psychopath wie soll ich das denn schauen? ja, er dreht am Rad wie Psychopath ach so, so meinst du ja wie viele Runden hast du eingestellt? ich hab nichts aufgestellt ah sieben ich bin schon in Runde 2 oh, da hinten kommen zwei die nicht so gut auf mich zu sprechen sind oh, da ist Ivan jetzt juckt er mich die geht immer auf mich danach Digga, er ist absolut gegen die Wand gefahren hä, wollte er dich rammen und hat dich verfehlt oder hat er dich getroffen? er hat mich getroffen und dann auch schon gegen die Wand gefahren als er vorher war ich glaub der blickt das noch nicht so ganz in Steuerung aber warum nicht? weiß ich nicht das ist schade vielleicht kann er keinen, äh ja keine normalen Dinger lesen nur guerillisch kann sein eigentlich oder er weiß gar nicht, dass er nicht gegen die Wand fahren darf vielleicht ist er ja ein Mutant der normalerweise durch Wände gehen kann und jetzt fragt er sich warum er nicht nicht durchgehen kann und er ist ein Analphabet und was soll das jetzt? hä? er kann einfach nicht lesen ja, aber was muss er lesen können? steht ja nicht da bitte nicht gegen die Wand fahren nein dass er mit W, A, F, C steuert aber das sind Buchstaben ja Buchstaben können auch Analphabeten lesen Analphabeten ja Jungs, Alter, kommen wir jetzt mal her es wird ja langweilig hier vorne nein Digga, es geht nicht mein Auto gibt kein Gas, Digga ich bin, äh runtergefahren lol oh, da ist grad jemand damit durchgefahren das war wohl ich verstehe Ivan oh man, den seh ich ja nicht mal wenn ich hintere schau so langsam ist der Junge, der ist ne halbe Minute hinter mir äh äh oh ich hab den Boost verpasst warum habt ihr und Ivan im Gym da nix blickt nein da braucht man auch immer jemand der alles mit macht für Motivation jemand der nicht schlecht ist, der nervt achso ja ich glaub du hast gewonnen mich hat's gedreht weggedreht Digga, es sind absolut vier Runden oder so erst rum fünf äh, vier sind rum ja und mich hat's nochmal gedreht Ivan holt jetzt sogar auf, der ist schon noch 16 Sekunden hinter mir oh, er holt aber schon gut auf oh man es gibt zu GTA 5 oh nein, ich glaub er ist gegen die Wand gefahren es gibt zu GTA 5 Rollenspiel kennst du das? nein es ist wie im real life, da musst du tanken und so da kommst du ins Gefängnis und so'n Scheiß echt? ja ja wo ist das? da muss man sich was runterladen achso aber ich find's hier eben nur sollen wir auch mal zusammen ne Bank überfallen? weil wir sind ja Banker können wir mal zusammen machen in real life auch? hmmm ne sind wir eigentlich auch Banger? das kommt drauf an Ivan ver- Ivan ver- vergrößert den Abstand wieder du vergrößerst den Abstand nein ich fahr ganz normal Ivan fährt kacke Ivan ist grad gestorben du fährst einfach nur zu gut Ivan hat nix boah ich hab ich hab ihn überrundet noch nicht, oder? jetzt hey Digga, er ist rechts am Ding vorbeigefahren am Ding? ich hab ihn jetzt aber auch gleich überrundet, wenn ich ehrlich sein soll ich seh ihn vor mir pass auf, dass er dich nicht rammt mach doch nicht, weil ich ihn errammen werde er ist, er ist, er ist verdreht er ist verdreht? er ist verdreht? er ist verdreht er ist verdreht dein Bein ist verdreht ja ich muss mich aber beeilen, dass ich noch überrunden kann ich bin schon bei Rundenende, du bist ja gleich mit Ziel, oder? ja 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 komm schon Ivan, ich will dich holen lol nein nein guck, den drehts da immer weg hey Digga, warum macht er das? der fährt immer gegen die Bande der fährt, guck mal er hat sogar die Nummer 1 er hat grad so schön gewendet jetzt zeigt er mir einen Mittelfinger, der Hund kannst du ihn abschießen, nicht gell? guck mal, ich zeig ihm auch einen Mittelfinger ich schau ihm jetzt mal zu, wie er fährt weil euch was traurig wär, wenn du Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten einlädst und du ihm an dir dann joint äh 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 nein ich hab grad gestartet, er hat verlassen oh man Vetsch du auch? nein man kann gar nicht retten, man kann nur auf sich selber retten ah der Fret wenn man sonst immer zu zweit spielen könnte, dann kann man das Gamefrank warum wettest du nicht? ja ich hab nur 600.000 jaja auf anderen akkord 600 millionen oder so oh ja ich habe den boost bekommen aber du auch ja tatsächlich schon die maps sieht wild aus guck mal wie standhaft ganz höher die maps sieht wild aus ja das ist doch so als wenn ja gesagt hat ja irgendwie sagen mädels auch immer irgendwas wild aussieht irgendwie mag ich das nicht so hast du es gesehen was ich gemacht habe ja du hast mich gedreht aber ich habe mich wieder perfekt zurückgedreht ja das habe ich schon gemerkt wo fahrst du hin nach rechts und dann sie so ich mag das gar nicht dass das so viele mädels sagen na wieso hat sie doch gesagt war ich da mit dem gehirn abwesend du warst schon am handy sie so irgendwie sagt jeder wild ah das war beim pokern glaube ich du warst schon am handy beim pokern war ich doch nicht am handy doch eine kurze zeit und dann auf jeden fall so ich mag das gar nicht dass so viele mädels sagen rückwärts alto null und dann sie so jedes mal so wild ja ja das ist ja das neue jugendwort da muss man doch muss man halt einfach sagen genauso wie mashallah einfach die hübsche oder oder beziehungsweise das jugendwort ist ja nur mashallah die hübsche oder ja ja ne eigentlich nur mashallah alter das ist ja ein wilder wall ride und das mit in jürnberg oh junge ich hab's verkackt echt hab ich's verkackt ja ich fahr halt nicht auf dem oh gott das war wild jetzt hab ich schon wieder gesagt aber das war krank grad von mir glaub ich ja glaub ich ja also ich ist es riecht zwar hier schon wieder schwer nach eigenlob aber das hab ich nicht schlecht gemacht finde ich muss ich ehrlich sagen ich hab's leider nicht ganz gesehen ja muss Dorken aufmachen ich hör nach halbe stunde mal wieder jetzt den zahn vom motor von dem auto das hört sich ja süß an wie ein rasenmäher ja ich hör den die ganze zeit ach lol ich bin schon ein guter hörer ist richtig ja 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 Johnny wo bist du eigentlich der nirnberg ah du bist ja gar nicht so weit hinten dran nur 16 sekunden ne nur 3 mal da ist das traurig wie langsam der wird gell er hat sich schnell wieder gell ja man sneeze backflip geht lal also ich würde langsam müsste ich dich mal überholen eigentlich so schnell wie ich bin du bist nicht schnell da vorne ist Ziel jetzt komm komm schneller ich mach POV das ziege ich extra in First Person Mode oh god nein das ist ja ekelhaft hä hä ich hatte gar keine Chance sich zu überholen wieso ja ich bin die ganze zeit full schnell gefahren ja ich auch ja warum war ich 2 warst du dann schneller trotzdem weniger Gewicht 4 5 Vielen Dank.